tot leben tot leben tot leben nein bitte nicht glaubt meine batterie ist von der taschenlampe leer gegangen aber warte mal wo sind wir überhaupt das sieht echt gruselig aus hier aber hey freunde ich bin slami willkommen zu einem neuen roblox video hier auf diesem kanal und freude abonniert diesen kanal und aktiviert rechts in die glocke und gibt dem video einen daumen nach oben kommentiert was sie bis dann habt ihr die chance ins nächste video zu kommen und wie ihr seht wir sind hier gerade glaube ich im horror fahrstuhl wir gehen mal alle rein okay 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 echt gruselig freunde hier liegt ja schon ganz schön viel blut ja okay wir können immer im fahrstuhl sehen wer gerade der killer ist aber warte mal kennt ihr den wie kam der mir bekannt vor naja freunde ihr müsst in die kommentare mal schreiben ob ihr den killer kennt oder nicht und wenn ja dann schreibt auch den namen von den killer hin weil da muss ich mir noch ein bisschen besser auskennen so okay der nächste killer kommt und seid ihr bereit warte mal seht ihr den irgendwo super gruselig ja hier vorne warte mal können wir den irgendwie besiegen so kommt schon was macht er mit dem mädchen da warte aber wir können den leider irgendwie wir haben es geschafft wollen wir daraus vielleicht so ein kleines bette machen wer mehr überlebt okay so okay das heißt wir haben alle jetzt einen punkt das ist cool und wer ist eigentlich der nächste killer büscherei und wer ist auf dem monitor was ist das denn das habe ich noch nie gesehen ich auch nicht das ist ein alien Freunde kennt ihr den ähm okay Lami das gefällt mir nicht so wirklich was passiert mit dem boden ähm ich bin oh warte mal er trägt mich hier gerade Lix pass auf oh nein er lebt mich schon wieder ja oh man was hat er denn da ein Problem mit mir nein nein warte mal kommt schon nach oh man oh nein nein er hat mich fast oh er weg hier hat er dich auch Emily nein ich lebe noch nein die Runde geht wohl an mich oh man okay nicht schlecht Emily das heißt du hast zwei Punkte und Lix und ich haben einen Freunde kommentiert mal euer Lieblingsspiel in Roblox dann können wir das auf jeden Fall mal anspielen das würde mich sehr sehr freuen wenn ihr das kommentieren könntet oder spielt überhaupt Roblox das müsst ihr unbedingt in die Kommentare schreiben wenn ja äh dann lasst ein Like da was ist das denn hier warte hä wer ist der Killer äh ist das nicht Donald Macaron wow pass auf der ist richtig schnell oh Gott wow ich verstecke mich einfach im Fahrstuhl oh nein er hat mich oh nein ich bin tot mit einem Schlag das war nicht schlecht das das ist aber auch echt schwer muss ich sagen so wir sind wieder im Fahrstuhl und oh oh warte mal der ist ja immer noch da oh ich will kein zweites Mal von ihm geschnappt werden ich auch nicht ehrlich gesagt ist so schnell oh das war schnapp ist zu ok Leute äh vielleicht kommt der nächste Keller ich bin schon mega gespannt wer das sein wird aber Freunde falls ihr mehr Roblox Videos sehen wollt dann abonniert ihr auf jeden Fall den Kanal und warte mal was macht der da der macht so einen Tanz in der Luft oder so und Baumhaus äh 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 den mag ich gar nicht wow wo sind wir hier äh oh äh oh nein äh wow der ist ja schon da oh oh ich muss weg hier ich muss weg hier äh Lix wurde so geschnappt wir bleiben zusammen ich komme euch hinterher äh oh oh äh Abelie weg da weg da weg da weg da weg da weg oh nein oh nein oh ich habe es noch nein ha das heißt Lix wir können die Punkte ausgleichen vielleicht haben wir alle zwei Punkte das heißt oh hier so ein toten Kopf äh was macht der denn wow habe ich ihn jetzt geschnappt oder nicht ich weiß nicht auf jeden Fall steht es jetzt zwei zu zwei zu zwei oder ja oh ich glaube ja äh hört ihr das äh was ist das äh Annabelle warte mal das war doch irgend so ein gruseliges Mädchen oder nicht genau dieses Mädchen diese Puppe hier ist das genau diese Puppe oh oh nein sie ist weg sie ist auf dem Stuhl sie ist auf dem Stuhl wirklich äh die ist nicht mehr auf dem Stuhl oh Gott oh Gott Freunde oh und du bist doch oh nein das heißt kein Punkt für mich ich hoffe ich hatte es auch nicht ich lebe noch was ich habe mich einfach auf dem Schrank versteckt das ist unfair ich hatte gar keine Zeit das ist schlau vor mir naja stehst du auch hier drauf ja ich bin auch auf dem Schrank und ich habe es geschafft wir haben gewonnen das heißt äh ich habe zwei Punkte und ihr beide habt drei oder genau ich glaube äh ziemlich unfair mh vielleicht hatten wir auch einfach nur Glück und Station okay da bin ich auch mal gespannt wer ist auf dem Mund äh was ist das denn für ein hässlicher Mann äh 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 nein das ist schon wieder der mit der Maske und dem Messer oh nein Totenköpfe okay die kann man wohl aufsammeln warte ich gehe mal einfach in den Krankenwagen hier rein ich glaube ich bin unsicher oh Gott ich sehe ihn ich bleibe einfach mal auf dem Krankenwagen äh ich bleibe einfach mal hier oh oh bitte kommt hier nicht rein oh 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 ah nein 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 das ist ja auch im Krankenwagen drin oh ich bin wieder umgeschnetzelt worden das ist unfair ich habe es geschafft ein Punkt für mich wirklich das heißt ihr habt schon beide vier Punkte Leute kommentiert mir in die Kommentare wie findet ihr eigentlich mein Avatar also hier mein Skin äh sieht wirklich so aus wie in Minecraft oder Freunde mega oh ich bin cool oh grannys grannys house oh oh bitte keine Oma seht ihr hier irgendjemand oh oh pass auf die sind fein auf dem Boden ja sehe ich auch oh wow da ist sie ja die granny die hat so ein Baseballschläger in der Hand okay ich verstecke mich einfach aus einer Lampe oh mein Gott sie hat mich ja das heißt es gibt keinen Punkt für dich äh links spring mal nach unten oh schade okay das heißt es steht jetzt 5 zu äh 4 zu 3 habe ich recht genau genau ich muss mich echt konzentrieren damit ich die Punkte nicht vergesse okay ich bin mal gespannt Ronald äh ist es nicht der von McDonalds dieser Clown oh oh ja wirklich wirklich oh Gott McDonalds aber ich dachte der ist nett der sieht aber ganz schön freundlich oh oh der ist gar nicht freundlich warte mal hier öffnet sich wohl wahrscheinlich eine Tür in 10 Sekunden bin mal gespannt was ist das für eine Tür der Clown kommt langsam oh 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 los alle rein da warum kann ich nicht in die Tür ich auch nicht ah wir haben uns reingelegt hä wo sind wir das war eine Fluchttür ich bin wieder rein da oh man okay wir müssen wieder in den Fahrstuhl reingehen äh warte mal aber wir haben trotzdem überlebt das heißt wir bekommen alle einen Punkt oder krass ich glaube ja okay warte wir dürfen den nächsten Killer nicht verpassen okay in 3 Sekunden wird er angezeigt ich bin mal wieder gespannt Piggy und äh warte mal äh ist es nicht so ein Schweinchen das ist doch Peppa Peppa Pig aber Peppa ist doch nett ist die Mama von Peppa so was würde Peppa doch niemals machen warte mal der läuft da mit dem Messer rum das sieht irgendwie lustig aus oder vielleicht vielleicht will die auch selber nur irgendwas zu essen nein das ist keine lustige Idee Peppa nein oh hier sind sogar Bilder von Peppa okay ja ah die ist bei uns sogar oh nein oh bist du tot Lami nein oh man ich hab die Fluchttür ergriffen äh ich komm mal wieder rein da so äh Lix hast du auch überlebt nein leider nicht ha das heißt äh ich bin schon ganz durcheinander mit den Punkten wollen wir einfach sagen äh steht Gleichstand okay okay so ähm das heißt wer jetzt die Runde nicht überlebt der hat verloren okay okay oh äh was ist denn mit dem los äh ist das Blut äh was ist denn hier los äh tegnet das Blut wow was ist denn mit dem los Alter was geht denn hier ab ich weiß nicht aber irgendwie die läuft da auf der Stelle herum oh 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 äh nein ich versteck mich ich versteck mich ich bin oben auf dem Fahrstuhl nein die hat mich auch nein Emily lauf hinter dir das ist unfair oh man das war echt groß oh die hat mich ja nochmal okay das heißt ich hab gewonnen wir Emily und ich haben gewonnen unfair das ist echt unfair oh man okay äh wollen wir uns dann verabschieden Freunde okay alles klar ja okay Freunde falls euch dieses Video gefallen hat dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und wenn ihr wollt dass wir mehr Folgen in diesem Horrorfahrstuhl machen dann lasst unbedingt einen Kommentar da und kommentiert auch was wir noch spielen müssen oh es ist ja dunkel hier ähm Freunde ich würde sagen schaut auch unbedingt bei Licks vorbei da haben wir auch coole Roblox Videos gemacht müsst ihr auf jeden Fall abchecken und ja checkt auch unsere Instagram Accounts in der Beschreibung ab und folgt uns da einfach und ich hoffe ihr schaltet morgen bei dem Video ein das würde mich sehr sehr doll freuen und tschüss tschüss tschüss